hallo meine freundin zu einer neuen folge von pflanzen gegen zombies ja ich habe in der letzten folge gesagt dass ich wusste wie man den hier bekommt das hier ist ich kann es jetzt einfach sagen das ist ein zombie die und der ist der seltenste zombie im spiel und der kommt random irgendwann in soweit ich weiß vier zehn also das finale level von vierten bereich wo wir schon waren könnte die ganze reset 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 neu anfangen oder irgendwann vielleicht habe ich glück und dann kommt er aber als ich das dann gesehen habe dachte ich mir so nee lassen was vielleicht mache ich dann doch nicht unterbrüste lassen wir den aus und dann lassen wir jetzt aus mache ich die nicht alle weil das ist schon echt krass das ist schon echt krank finde ich also keine ahnung wie man auf sowas kommen lassen das nervt mich auch ehrlich gesagt aber alle anderen wo die machen wir natürlich ich versuche mein bestes die zu schaffen nur so kleines update hier am rande so man sich bei das hat doch letztes mal gut geklappt so das katapult zombie was macht er denn ich glaube nehmen die kirschbomben und knoblauch was das so kein schutz gut nie das kann man so nicht machen dann wisst ihr was lassen wir für dieses mal die kakaobohne in ruhe hat ja letztes mal gesehen letzte folge funktioniert machen wir das sind dann ich könnte es so versuchen oder einfach kommen lassen wir machen kein langes rum geschwabelt waren wir sind 5 6 ok wir sind 6 6 abschnitt so war das 6 abschnitt in dieser folge wahrscheinlich spiel nicht durchspielen das kann ich sagen aber vielleicht in der nächsten folge wird sehr empfangen sehen wenn da wie weiß ich nicht irgendein krasser zombie oder so zu sehen ist weil ich mir noch einfallen lassen was ich da reinpacke zum schießt endlich herzlichen ok die buddha und schweißer die buddha ja jetzt wünscht er so schnell rappen kommt die buddha da oben kommt die buddha ab mit dem buddha die buddha so dass ich vielleicht in die zombie und die ganzen achievements nicht macht achievements kann man es vielleicht verstehen ja und bei jedi zum ich weiß ich da gibt es bestimmt leute sagen so alter ist das dein ernst ich dachte was 100 prozent die die zombie gilt für mich 100 prozent mal gucken vielleicht war ich irgendwann mal okay vielleicht machen aber jetzt ist es auf jeden fall nicht weil das ist echt krank als ob ich jetzt wieder alles durchspiele bis hierhin okay nicht mal ein bisschen aber ihr wisst was ich meine hätte ich das früher gewusst wäre es nicht besser gewesen zum einen zum anderen aber nicht aber naja kann man jetzt auch nicht ändern ist aber auch nicht schlimm dass die würdhafs werden aber dass du schreibst aus dem zwei wellen diesmal hier gibt es immer entweder zwei wellen am meisten zwei wellen manchmal wenn wir vielleicht haben sogar drei wellen das ist interessant stimmt klub aber wahrscheinlich so dass ich einfach hier und wohin lege dann am ende aber jetzt nicht erst mal das aufbauen ok jeder noch ein knoblauch noch ein cola pult und hier machen wir dann die klinator und hier machen wir dann ich habe noch nie gesehen wie die def anime doch habe ich wahrscheinlich doch muss ich schon gesehen aber ich kann mich nicht erinnern wie der animation eigentlich aussehen soll wenn da hier so rankommt ich stelle mir das gerade irgendwie macht es meinem kopf keinen sinn hat sich komisch an ich weiß aber ja aber nicht platzieren noch nicht jetzt kann ich ihn platzieren und er sollte eigentlich auch von auf dem platz noch alles sehen können sollte er ist wieder der anführer hat schon wieder keine chance das stört mal wieder tut mir leid aber du warst ja auch gegen uns wenn du nicht gegen uns bist ja dann können wir noch mal darüber reden vielleicht ladest du mich auf den dass du kaffee ein oh nein als maul oh man oh man oh man oh man what the heck jetzt ist mein mein kraft selber einfach ganz kram ist du komm doch in du hier gibt es ins probleme online online ich habe nicht genug nein soll mich dauern gesteckt meine blumen an der bin ich als ich unendlicher energie bekommen hier scheiße wenn den blumen sterben und ich weiß nicht und dann ist es nicht tot ist nicht tot geht die kinder doch alles selber machen ich musste es schon nicht will ich jetzt meine blumen sterben weil er kommt auch immer nach weiter nach vorne so wenn ihr dran knabbern dann geht es an der seite falls ich jetzt dazu richtig machen und das hält mehrmals an also nicht nur einmal so jetzt reicht es mir jetzt gibt es auf die nuss und nein das war dumm es ist gerade nein das ist dumm was ich hier gemacht leute was habe ich nur getan du gelass den kack doch ich bring die schumme ja das gehört ich bring die schumme ich bring die schuhe oh mein gott oh man oh man was habe ich denn jetzt schon wieder so armee hier dann darf ich die wieder weg machen jetzt habe ich die extra mitgenommen ich dachte die schießen von da aus aber nicht treffen das hier jetzt merke ich auch wieso weil die anderen das war ja diese eine pilz da konnte ja noch das andere der könnte konnte ja hier so so strahl oder was auch immer schießen die letzte wille noch hier hinzu was habt ihr dann gegen mich hier geplant so jetzt kann der aber angreifen jetzt kann er endlich mal treffen dann kommt er nicht nach vorne steht er einfach okay das wusste ich gar nicht ja jetzt reicht es aber bruder stirb alter missus jetzt geht es ist die stamm wir gehen den schirmplatz schützt benachtbarte pflanzen von bungees und katapulten endlich das sind jetzt 57 ok jetzt mache ich das richtige jetzt machen wir alles noch mal rein wie vorher das hat gut gepackt das hat die füge abgelenkt das hat die füge abgelenkt von dem ich aber nicht sehr ein freund von kein großer freund von bombies 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 oder matschkürbis matschkürbis wäre für den glaub ich besser ja machen wir das so ok weiter geht's 57 ja dann werden wir wahrscheinlich in der nächsten folge das ende erreichen das ende erreichen und vielleicht sogar schon den endlos sehen wahrscheinlich aber erst eine übernächsten folge aber ich weiß es noch nicht weiß noch nicht wie lange jetzt die nächsten level und dieses level sein werden ok gott habe ich überhaupt in den folge vielleicht wird die folge diesmal etwas länger so weit dafür aber ihr seht ja drei wellen gleich kommen wir sagen die noch so jahre neues feature vier wellen gibt es auch achso ist überhaupt kein stress oder so man ich will das alles nur das ganze spiel nur in einem durchspiel jetzt noch damit ich vorgenommen habe und schon das nächste das gleiche klaren kann so wenn das voller herbekommen ist es doch klar dass wenn ein display bei mir vorbei ist und das nächste muss eigentlich klar sein finde ich naja egal wenn nicht dann wüsst ihr alles ja jetzt es war wieder mein handy bitte ignoriert das einfach dankeschön jetzt gibt es wieder auf die beule von der habt ihr schon eine oder 5 ok wo könnte nichts kommen hier oder hier ich glaube da oben deshalb werde ich rausklicken auf dem spiel nein natürlich so machen und dann werde ich auch gleich glaube ich ein paar sonnenblumen zum dinger weg machen für schirmblatt dann direkt tun weiß ich glaube aber so in etwa mache ich das habe wahrscheinlich jetzt eh nicht verstanden aber ich weiß was ich machen will ok ja keine ahnung man aus l mansion tej ne neu da ne schirmlich und ich habe gesagt und dankeschön bitte kippt mir noch wenig coins kommt schon droppt ein paar coins ich bin arm und brauche das geld ich bin jung leute hilf mir jungen peggen verzweifelt man drei level stehen uns noch für vor das letzte level 5 minus 10 hier finden wir sehen oder das finale leute er ist nicht gecheckt hat es war schon fast 14.000 dann haben wir schon fast genug für das letzte samenpaket somewhat vone route weary landing we are we landing dann packen wir hier einfach noch irgendwas hin keine ahnung man pack halt hier noch mal solche sind und ich habe doch selber keine ahnung nein ihr seid doch solche idioten oh mein gott nicht du schon wieder verschwinde holzkopf die leute das finde ich ist nicht okay noch einer wirklich so nötig oh nein jetzt kann ich die pflanze nicht zeigen die bungee das schirmblatt da muss hier was ändern da muss hier wirklich was umbauen zack muss ich das so umbauen jetzt wird das ein wenig hässlich aussehen aber ich muss es umbauen hier damit alles passt der hier der macht nämlich alles um sich herum das heißt die hier und dann ab dort auch noch die hier die gaben aber nicht an die können nichts können sich nicht verteidigen schafft er das schafft er natürlich nicht aber ich muss ehrlich sagen früher mochte ich die sehr und war noch hilfreich für mich aber mittlerweile bin ich weiß ich ja schon wie ich das ja angehen sollte da sind die momentan für mich kein wirkliches muss ich finde es lustig wenn ich das bläw 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 Oh Mann, ich finde es so lustig. Der Nächste noch? So, zweite Welle. Und die Folge ist schon fast zu Ende, Mann. Das kommt mir so kurz vor, die ganze Zeit. So, was wollt ihr jetzt tun? Was wollt ihr tun? Der Schoß liegt in mich. Oh, habt ihr gesehen? Habt ihr es gesehen? Weiß nicht genau, ob man es gesehen hat, aber ich hoffe schon. Ja, da haben wir es gesehen, hat es reflektiert, konserviert und hat es gespeichert. In seinem Album, damit es das leicht hat. Und wenn die Erinnerung mal schwindet, weiß er genau, wo man sie findet. Was denn necessary? Nein, 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 nein. Boing. Wie ist denn hier durchgekommen? Okay, Leute, was mache ich jetzt? Aber die nehmen dadurch kein Damage. Das seht ihr ja. Die nehmen dadurch echt kein Damage. Die eigentlich sind die sogar richtig cool. Jetzt weiß ich wieder, warum ich die ganze Zeit immer nehme, weil die eigentlich ganz cool sind hier für sowas. Boom. Ich glaube, aber manchmal treffen die trotzdem, oder? Kann das sein? Oder bin ich einfach blöd? Ich weiß es nicht. Ich habe zumindest das Gefühl, dass sie manchmal einfach trotzdem nicht betreffen können. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber leider nicht. Ich bin es nicht. Okay. Ich bin es nicht. nicht so ganz gut oder arme alter das kann man noch nicht machen man ist ein grauenhafte menschen hier es gibt es doch nicht oh mein gott ist seht ihr das eigentlich der topf der lebt auch irgendwie die folgen für ein schluss ende sein wenn ich längere längere folge schaden niemanden denke ich oder durchgekommen nein mein süßes kleines wein Nüschen, nein, mir geht nicht, du, neeeeein! Oh, ich habe mich umgebracht, die Schweine. Ich bin nicht so nett, wenn ich meine Freunde bin. Dein Ernst, ist hier eine Muskel? Brau! 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 Oh, Mann. So, ist es erst gestunnt, jetzt kann ich hier zack machen und dann kommt die letzte Welle. Brauchen einen kleinen Zimmel. Steht die Edehinde schon. Hab so viele Sonnenenergie, was ist denn nicht mehr der Anfang? Ich könnte hier einen hinbauen, ich könnte hier einen hinbauen, bam! Boing! Das ist sogar gelohnt? Krass. Das ist no joke, das ist doch wirklich gelohnt. Nein! Du dummer! Ohhhh! Hilfe! Komm, haut mal ab hier! Boing! Body down! Komm, beenden mal das ja. Die Folge schon will ich längst, äh, vorbei sein tun sollten. das einfach mal zuschauen danke schön jetzt sind die ringelblume gibt ihr silber und goldmünzen also es ist einfach geld das ist genauso wie sonnenblumen nur anstatt dass sie dir helfen und diese mit sonnenenergie helfen gibt es dir geld plötzlich aber ja ne oh nein oh nein wir sehen uns beim nächsten mal wieder dann kommt das wovor ich angst hatte